Ja, diese Aufgabe, diese Übung zeige ich dir jetzt hier gleich mal in diesem Grafikprogramm. Ich nutze dafür so ein Grafikprogramm, das heißt GeoGebra. Das kannst du ja mal bei Google eingeben, damit kann man auch wunderbar lernen. Kann ich dir also nur empfehlen. Damit kannst du dir Funktionen darstellen und Grafiken, Grafen ja sowieso und Schnittpunkte berechnen. Genau das, also das Schnittpunkte berechnen, das zeige ich dir jetzt vor allem auch mal. Wir haben hier zwei Gleichungen. Die erste Gleichung ist 2x plus y ist gleich 7 und die zweite Gleichung ist 8x minus y gleich 10. Die kannst du jetzt einzeichnen in das Koordinatensystem. Entweder du stellst dir die erstmal nach y um, so wie wir das bisher schon ganz häufig gemacht haben, oder du zeichnest sie so in dein Koordinatensystem. Du brauchst ja pro Gleichung immer nur zwei Werte. Zum Beispiel setzt du einmal für x eine 1 ein und rechnest dann aus, was y ist und einmal setzt du für x eine 3 ein und rechnest aus, was y ist. Und dann hast du zwei Wertepaare und die kannst du da miteinander verbinden und dann sollte das Ganze hier so aussehen. Dann haben wir noch dieses rote. 8x minus y gleich 10. Das ist auch eine Gleichung und auch da brauchst du nur zwei Wertepaare, um den Grafen dieser Gleichung exakt zeichnen zu können. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Die Skalierung dieses Koordinatensystems, das ist immer neu anzupassen, je nach Gleichung. Das muss halt passen und der Betrachter, der muss das auch dann gut ablesen können. Hier kann man wunderbar ablesen, dass der Schnittpunkt hier die Koordinaten x 1,7 hat und y 3,6. So, diesen Punkt kann man dann auch noch dazu zeichnen. Der liegt nämlich genau da und hat diese Koordinaten hier. So, jetzt haben wir sozusagen die erste Gleichung, die ersten Gleichung eingezeichnet und den Schnittpunkt berechnet. Wir können also sagen, diese beiden Gleichungen, nämlich hier dieses Grüne und das Rote, die haben eine einzige Lösung und diese Lösung hat das Wertepaar 1,7 3,6. Für die unter euch, die mit unseren Heften arbeiten, ist jetzt hier noch zu sagen, dass wir natürlich hier grundsätzlich erstmal eine andere Gleichung hatten. Das Grüne, das war 8x plus 4y gleich 28. Da haben wir aber jetzt schon einfach auf beiden Seiten geteilt gerechnet und zwar geteilt durch 4. Wenn du hier geteilt durch 4 rechnest, dann hast du, ich blende auch die Aufgabe hier am besten nochmal ein, die Ursprungsaufgabe, dann hast du nämlich 8x geteilt durch 4 sind einfach dann noch 2x und 4y geteilt durch 4 sind y und 28 geteilt durch 4 ist 7. Und wir haben bei der roten, das war mal ursprünglich 16x minus 2y gleich 20. Da haben wir überall durch 2 geteilt und haben dann 8x minus y gleich 10. Das sind jetzt quasi noch genau dieselben Gleichungen, die du jetzt auf deinem Papier stehen hast, nur die sind jetzt hier schon etwas vereinfacht. So, hier siehst du jetzt auch nochmal die Aufgaben und ich möchte jetzt gerne die Aufgabe B, also die A haben wir gemacht, ist abgehakt. Da haben wir auch die Stelle schon gefunden, die da als Wertepaar die Gleichung gelöst hat. Das war 1,7 und 3,6. Und für die anderen wollen wir jetzt nochmal, ja, dann nehme ich die nochmal hier so ein bisschen raus, das ist die B. Ich weiß nicht, kannst du das jetzt hier erkennen in dem Video, wahrscheinlich nicht, liegt außerhalb. So, die B. Da möchte ich jetzt gerne erstmal nochmal nach y umstellen. So, wir haben jetzt 12x minus 6y, das heißt die 12x bringen wir auf die andere Seite, das sind dann minus 6y ist gleich 36 minus 12x. Dann noch geteilt durch minus 6, haben wir also y ist gleich minus 6 plus 2x. So, das ist meine erste Gleichung jetzt hier und die andere, das ist hier, dieses 12x minus 6y gleich 42. Da bringen wir auch die 12x auf die andere Seite und haben wir hier minus 6y ist gleich 42 minus 12x. Dann noch geteilt durch minus 6, dann hat man y ist gleich minus 7 und plus 2x. So, das sind die beiden Gleichungen und die, die übertrage ich jetzt einfach erstmal in mein Grafikprogramm und dann zeige ich dir das wieder. So, jetzt habe ich die hier übertragen. Du siehst, wir haben die umgestellt. Jetzt heißt es hier y ist gleich 2x minus 6 und y ist gleich 2x minus 7. Wenn du dieselbe Steigung hast, dann ist das schon mal sehr verdächtig und du wirst jetzt auch sehen, warum. Das ist jetzt hier der grüne Graph und das ist hier der rote Graph zu dieser roten Gleichung. Und die beiden laufen sehr parallel zueinander. Ja, die sind parallel zueinander, weil der Abstand ist immer 1. Du siehst, dass hier zwischen minus 6 und minus 7 ist genau ein Abstand und genau der Abstand ist auch hier oben zwischen der 3 und diesem Punkt hier. Also die sind parallel zueinander und deswegen können wir hier sagen, dass das hier nicht definiert ist. Es gibt keinen Schnittpunkt zwischen diesen beiden Gleichungen, somit keine Lösungsmenge. So, schauen wir nochmal einmal wieder zurück zu unseren Rechnungen hier. Da können wir jetzt nochmal, nochmal eine andere Farbe, hier können wir jetzt nochmal die C machen. Also die B haben wir jetzt auch gemacht, haben wir gesagt, okay, da gibt es keine Lösungsmenge. Das schreibt man dann so, L ist gleich und dann zwei geschweifte Klammern, eine auf, eine zu und das ist dann quasi die leere Menge. Da ist nichts enthalten. Hier hätte man jetzt schreiben müssen, L ist gleich und dann eben dieses Wertepaar hier. So, gut, jetzt kommen wir zu C. Bei C muss man auch erstmal wieder umstellen. 20x ist gleich 5y minus 15. Da geht die 5y auf die andere Seite, haben wir dann minus 5y, ist gleich minus 20x, muss also sozusagen auf die andere Seite, minus 15. Und jetzt noch geteilt durch minus 5. Da hat man hier y ist gleich 4x plus 3. So, das ist unsere erste Gleichung von der C, haben wir alles quasi einmal umgeformt. Und die zweite Gleichung, das ist die hier von der Aufgabe C, da müssen wir auch einmal die 7y rüberbringen, dann haben wir minus 7y ist gleich. Die 14x bringen wir auch auf die rechte Seite, haben wir minus 14x, minus 21. Jetzt teilen wir nochmal einmal durch minus 7. Da haben wir hier y ist gleich 2x und plus 3. So, das ist unsere andere Gleichung. Und diese andere Gleichung, die schauen wir uns jetzt auch direkt wieder in dem Programm an. So, jetzt habe ich das wieder übertragen hier. Du siehst einmal die grüne, das ist y ist gleich 4x plus 3 und y ist gleich 2x plus 3, ist hier das rote. Wie sehen die beiden aus? Wenn du die jetzt hier einzeichnest, wir haben bei der grünen einen y-Achsenabschnitt von 3, deswegen hier der Schnittpunkt mit der y-Achse bei 3. Und wir haben hier eine Steigung von 4. Das heißt, eine Einheit zur Seite, also bis dahin und 4 Einheiten hoch, also von der 3 zur 7 passt. Hier wäre dann sozusagen unser Steigungsdreieck. Das würde hier so lang verlaufen, also sozusagen eine Einheit von 0 bis zur 1 nach rechts und dann 4 Einheiten hoch. Das wäre dann da, hätte man das Steigungsdreieck. So, das ist die grüne. Jetzt kommen wir mit der roten. Die rote hat auch einen y-Achsenabschnitt bei 3. Das heißt, der Schnittpunkt wird auch hier gleich durch die 3 gehen. Aber die Steigung ist flacher. Das heißt, ich würde dann hier eine Einheit zur Seite gehen und nur zwei Einheiten hoch. Also da, genau da, wo jetzt hier mein Kreuz ist, wird es gleich durchlaufen. Da und durch die 3. So, zack. Also hier, da, wo jetzt mein Kreuz bleibt gerade, da lief es durch. Und durch die 3 ist also eine flachere Steigung. Aber auf jeden Fall, diese beiden Gleichungen schneiden sich hier in diesem Punkt. Und das ist wieder der Punkt A und der liegt hier bei 0 und 3. Das ist also sozusagen die Lösungsmenge bei diesen beiden Gleichungen. Und das können wir jetzt hier einmal noch eintragen. Das ist jetzt hier also die Lösungsmenge. Die Lösungsmenge liegt jetzt hier bei eben dem Wertepaar 0 und 3. Und dann beschriftet man das auch immer. Also ich schreibe das da immer nochmal dran. y ist gleich minus 4x plus 2. Damit man genau weiß, was das für eine gleiche ist. So, jetzt springen wir einmal zu dem blauen. Bei dem blauen hat man einen Y-Achsenabschnitt von 3,5.